und beim uns super super toll ich zoll nein ja 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 oh nein nicht so voll knapp vorbei jetzt aber ich habe ich war mir schon sicher dass wir das schaffen aber dann gibt es eine lücke you have completed all levels nein wir haben noch nicht alle level komplett boom das ist das einzige was wir noch nicht geschafft haben erst wenn wir dieses durch haben ja erst wenn wir das level machen wir das smashing durch und es fängt ja gut an das ist unser letztes level hey diesmal haben wir vier pads vorhin hat man doch noch drei wo wir die codes immer eingezippt haben richtig naja was solls ja jetzt geht es aber gut also wahrscheinlich sind wir jetzt eingespielt oder weiß vollscreen jetzt ist wo wir letztens gespielt haben da war es ja netz im vollscreen hat mir schon ein bisschen probleme ja toll bringt uns voll was bringt uns voll was alter jetzt bringt uns nichts und damit haben wir smashing durch das haben wir schon geschafft und damit verabschiede ich mich für dieses mini let's play